So, da drinne ist ne Brosche. So, hier ungefähr auf der Karte innen drin. Damit würde ich jetzt erstmal sagen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Mirage mit mir den Jan. Ach, dann versuche ich mal hier ne Brosche rauszuholen. Am liebsten wär mir eher... ...dass ich hier nicht erkannt werde. Es stehen hier auch Wachen. Der atmet ja nicht hier so schnell. Hier könnte man sich verstecken. So. Da steht eine Wache. Okay. Da drin sind Wachen. Eine exklusive Verbindung von Händlern der Oberschicht. War ja klar, dass es so etwas gibt. Die Kammer der Antiquitäten ist der Rückzugsort der Schatzmeisterin. Ich muss dort hinein. Einladung für einen Termin mit der Schatzmeisterin Kai aus Griechenland, Besitzer von Sandhausstatuen und Antiquitäten. Du bist eingeladen, die Schatzmeisterin in ihren Gemäldchen in der Kammer der Antiquitäten zu besuchen. Sie wird nach Ende der Auktion geöffnet. Und bringen, wie versprochen, das Schmuckstück mit. Schwarzen Sand mit. Hey, was ist da los? Nix. Oh, ein bisschen plündern. Hübsch. 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 Ne, ich auch ein... So. Ach, das ist nur... Hier sind nur Messer. Okay. Hier lang. Hübsch. 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 So. Hübsch. 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 Jemals so etwas gesehen? So zerbrechlich, so makellos. Nein, aber es überrascht mich, dass du so begeistert bist. Ich habe eine Schwäche dafür. Als ich noch ein Kind war, banden meine Schwestern und ich uns die Haare mit Stöcken. Mit Steinen als Schmuck. Ich tat so, als wären sie seltene Edelsteine. Wir hatten nichts, doch wir fühlten uns reich. Es gibt viele Gründe, warum Leute mich aufsuchen. Ratschläge, eine Kostprobe der Macht und vor allem, um meine Gunst zu erlangen. Warum bist du hier, Basim? Nun, ich bin auch Sammler und habe viel von dir gehört. Von deiner Ausgefallenheit, deinem Geschmack. Ich will lernen. Hast du auch gehört, ich hätte Glück? Ich verabscheue das Wort. Als ich nach Bagdad kam, war ich eine von vielen, die etwas aus sich machen wollten. Mittlerweile frisst mir sogar der Osten aus der Hand. Ich krallte mich an jeden Vorsprung. Wo andere Aufgaben, um ihre Nägel zu schonen. Aber mir machten ein paar Kratzer und etwas Blut nichts aus. Gewiss gab es Unterstützung. Leute, auf die du trafst, die dir halfen, bis hier hinzukommen. Egal, was andere sagen, man hat niemanden als sich selbst. Nur sich selbst. Alles gedeiht, wenn in der Familie Harmonie herrscht. Familie? Das Wort hat keine Bedeutung. Die Vorstellung davon noch weniger. Nur man selbst hört das leise Flüstern der eigenen Seele und nimmt sich völlig an. Niemand lebt allein. Aber wir sterben allein. Am Ende sind wir schlicht, absolut und wahrhaft allein. An الجEN 4. 5. Leuna 3. 8. 9. 10. 12. 12. 11. 15. 19. Untertitelung des ZDF, 2020 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 gerüchte verbreiten sich schnell es war diese frau ning eine frau an der spitze das muss viele verärgert haben gleichermaßen verärgert wie verzaubert kein wunder dass sie ihre identität geheim hielt nun machen sich die höchsten der wohlhabenden halunken in ihre seiden roben aus angst sie wären die nächsten der orden wird jetzt nicht aufhören wenn sie den osten erreicht haben lässt sich kaum sagen wie weit sie noch kommen hast du ihn gesehen den djinn ich jetzt ist er fort erst vor dich aus unser werk ist noch nicht vollbracht so so Ruhig, Basim. Ich bin da. Ruhig, Basim. Ich bin da. Mit den Masken. Vier tot durch meine Hand. Der letzte, der Kopf der Schlange, schließt sich ihnen bald an. Warum die Kehle durchschneiden, wenn du die Zunge lockern könntest? Was? Wieso sollte ich... Der Djinn schlug nur im Schlaf zu. Er war dir tagsüber nie auf den Fersen, bis du in jene Truhe gegriffen hast. Die Maskenträger schätzten ihren Inhalt sehr. Diesen antiken Gegenstand, der durch deine Berührung erwachte. Leben könnten sie Antworten geben. Ich jage meine Feinde. Ich breche nicht das Brot mit ihnen. Ich habe einen Eid geschworen. Wie kannst du jagen, wenn du gehetzt wirst? Wer ohne Last im Dunkel wandelt, kann dem Licht besser dienen. Ich halte meine Klinge fern vom Fleischunschuldiger. Nicht vom Orden der Ältesten. Wenn du deine Feinde nicht fragen willst, was in der Truhe war, dann frag deine Freunde. Und warum sie danach suchten. Meine Mitstreiter erwarten mich im Bruderschaftshaus von Harbia. Mach deinen Kopf frei, Basim. Blicke nach vorne. Guten Winter. Meister, Assassiner, Verkleidung. Fertigkeiten habe ich drei. Fertigkeiten habe ich drei. Welt. Also, ich gehe jetzt erst mal. Ich schneide und verbessere meinen Montur. Ich gehe jetzt durch die Klinge auf deine Fahne. Ich gehe jetzt mal in den Höhne. Herr Fertiger! Sie��? Ich gehe jetzt mal in den Höhne! Ich gehe jetzt mal in den Höhne. Möte Leute nach unten. Ich gehe jetzt mal in der Ute. Ich gehe jetzt mal in Höhne. Ich gehe jetzt mal in Höhne. Waffe das Montur, ich gehe jetzt mal in die Höhne. Ich grüße dich. Sei willkommen, Said. Was hast du da? Zieh dich um. Sicherheit ist die beste Investition. Ja, ist gut. Nur die beste Handwerkskunst. Hast du was du brauchst? Ja. Ich muss aufbrechen. Friede sei mit dir. Ja. Nein, nein, ich lasse so. Ja. 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 Und dann würde ich glaube ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. 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 Ja.